ja willkommen bei einer neuen reihe vielleicht wenn es denn eine neue reihe wird wird sie heißen opi zockt ego oder abonacho holt einfach mal seinen gehstock aus dem keller ich habe ego shooter seit ewigkeit nicht gespielt ich glaube dieses jahr habe ich jetzt eine oder zwei stunden gespielt keine ahnung das ist jetzt acht oder zehn jahre her dass ich mal intensiv ego shooter gespielt habe das heißt ich erhebe keinen anspruch wirklich gut zu sein und ich möchte einfach mal ein bisschen spaß haben und so ein quickie wenn es in keiner reihe wird dann wird es halt einer von den quickies ist immer ein kleines match und dann ist die ganze sache schon wieder gelaufen ja und wollen wir mal gucken ob opi das noch kann wir müssen noch ein spieler warten das ist schon mal der clanspieler definitiv bei dem anderen weiß man das dann nicht so genau ach die kann man sich alle angucken guck das wusste ich auch noch nicht das ist ja lustig okay der sieht cool aus der sieht cool aus joe ein mützchen wie sehe ich denn eigentlich aus guck an ich habe auch schon so ein paar teile haben wir schon zurecht gebastelt aber ich laufe immer wie man sieht noch mit der standardwaffe rum nun bleibt doch dort wo du bist den helm den habe ich glaube ich freigespielt und in drei sekunden 2 1 ganz endlich geht es los lass uns spaß haben ja das dauert jetzt alles ein bisschen mit der synchronisation ist langweilig vielleicht sollte ich das immer erst bei der synchronisation auch einschalten das ist jetzt ein kleiner test ist das ist der erste durchlauf müssen wir mal gucken warten auf andere spieler ok hoffentlich nicht so wo bin ich denn jetzt gelandet ja haupt genau team deathmatch schauen wir mal nach ob wir das noch können so die musik sehe ich jetzt schon die werde ich definitiv leiser schalten müssen ich versuche mal jetzt irgendwie rüber zu kommen die walter oder gut aussehen bezahlt wird nicht nein 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 das hatten wir schon mal das kenne ich doch da falle ich doch unter so machen wir gucken hier ich höre da was irgendwo höre ich auch mit kopfhörer ich bin das überhaupt nicht mehr gewohnt so bist du so läuft das mit dem laufen ja war mal gucken wir kommen kommt so papa das war der sprung da ist auch nichts mehr sind wir hier alleine ist hier nur kollegen derweil hatte ich zu spät gesehen den knaben habe ich zu spät gesehen ich habe sein feuer gesehen aber ihn habe ich nicht gesehen und er holt gleich zwei stück da weg alter schwede nicht übel so dann kommen wir zu papa lass dich mal abschießen du mir den gefallen können wir nicht sehen und der hat mich schon wieder erwischt alter schwede ich muss den gehstock anspitzen das wird sonst nichts das wird sonst rein gar nichts wir müssen doch mal einen treffen wir müssen doch auch mal ein treffen das geht doch gar nicht anders aber ich bin das so gewohnt dass ich durchgehen laufen wenn ich eine taste durchgehen drücke und nicht ich hab dich geahre was für ein scheiß ich liebe es okay wir versuchen jetzt ja ich weiß ich weiß ich bin schlecht aber das macht nichts ich hab meinen spaß so wollen wir uns mal gucken da komme ich nicht drauf nein komme ich doch ich komme wie schön komme ich da ein ich hab da was gehört habt ihr das auch gehört ich höre was ich höre was das ist rechts von mir mal gucken wo bist du wo bist du da ist ein toter da geht es nicht weiter achten stunde wo bin ich denn hier gelandet also ihr merkt schon ich kenne auch die map mal überhaupt nicht ich kenne eigentlich gar keine map du willst doch nicht auf mich schießen ich bin dein freund oh dankeschön hast mir den hintern gerettet ich komme mal mit dir mit du scheinst zu wissen wo es lang geht ich habe noch keinen einzigen abgeschossen ich werde hier noch abgeschossen das ist ja nicht mehr schön das ist ja gar nicht ja übertaktet das bin ich ja auch irgendwie wo sind die knaben wo sind sie ich habe eingesehen kommt ich habe dich gesehen ich habe einen erwischt ich habe einen erwischt ja so jetzt das war der erste jetzt jetzt läuft jetzt kommt es da komme ich gar nicht so jawohl jetzt läuft es bitteschön jeder ja dann lad du nach kommt den holen wir uns kollegen da war keiner okay wohin wir haben die kontrolle verloren haben wir du hinter uns ist einer hast du das gehört mit was schießt der ach von hinten kam auch noch einer du saugerte du komm zu papa nicht beide auf einmal okay das sollten jetzt genug sein wo seid ihr ihr habt eingesehen wo bist du jetzt habe ich wieder zwei rückstand wenn ich nicht irre gott ich krieg hier krieg richtig einer aus morgen waren naja wenn du pizzer den hätte ich doch hätte ich doch messern können komm weiter geht's guck mal wo denn wo denn wo denn wo denn ich will nicht machen hab dich so einfach kann das geil jetzt kommt ich hätte schwören können ich habe gehört wo bist du ja aber nicht hier hinter kollege ach schade das hätte schön werden können ich weiß dass da einer war ich habe einen gehört jawolle auch den haben wir zahltag zahltag ist gut das gefällt mir und rächer gefällt mir wo bin ich denn hier gelandet shit ich hätte sie beide haben können ich hätte sie wenn ich dann mal ordentlich getroffen hätte ich krieg noch ein ein kriege ich noch bevor es zu ende ist kommen ein hauen wir noch weg nicht von hinten das kostet kundelsteuer komm ich komm ich jo ich hab jetzt aber nicht mein kollegen habe ich oder ich will es nicht hoffen nein 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 ach da geht es nirgendwo hin ok ich hätte schwören können ich hätte eingehört habe ich nicht Gott ich und kopfhörer das ist schwierig hab dich nicht was für ein geiler shit ehrlich ja jetzt aber im flug erwischt so musste es sein wo bist du wo bist du ich hab Nein! Komm, hatte ich meinen Kollegen oder? Nee, hat gar keiner irgendwen. Also eher mich halt. Kennen wir ja schon. Ich hör da einen. Da pumpt sich einer in die Luft. Okay, ich pumpe mich auch mal in die Luft. Und dann pumpten wir uns hier. Ich mag diesen Hüpfer. Wie heißt das Scheißding? Ich hab keine Ahnung. Ist hier einer. Hinter mir, yo. Nein! Du bist ein gemeines Tierchen. So, komm. Nicht lange Fackeln hier runterlaufen. Da ist gar keiner. Hinter mich. Hast du? Bist du nicht? Ich hänge fest. Ich hänge. Junge. Komm. Da geht's rein. Und... Egal. Wir gehen jetzt einfach mal hoch. Eindecker! Warte, so. Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ich hab keine Ahnung. Achso, ich kann doch... Aua. Der hat mich aber auch gehauen. Mission gescheitert. Ja, Mission gescheitert. Ich hoffe euch hat Spaß gemacht zu sehen, wie ich kräftig einen vom Kopf bekomme. Und wir hören und schauen uns beim nächsten Mal. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Wait..... Vielen Dank.